Immer noch. Und wo haben wir? Da und ich. Und die kriegen wir auch noch. Da brauchen wir keine Fähigkeiten für. Ja, Matelos, dann baut er mal bitte fix. Könnt er nämlich jetzt gerade ziemlich gut. Einen Turm gebaut. Der Weg ist öfter. Während sie ihre Wunten öffnen, vor allem. Und noch einmal. Es wird keine Freude, keine Respeite. Die Wäsche wurden unterbrochen. Die Wäsche wurden unterbrochen. Die Wäsche, die Sie haben, können jetzt departen. So, da ist der Mann. Oh, hier kommt einiges im Gegner. Ah, keine Energie. Und Captain Diomedes geht jetzt mal hoch. Kill enemy leader, wo ist der denn? Okay. So, gegnerischer Boss wartet wahrscheinlich hier. Ja. Ah, der Puppet-Captain mit uns, Brüder. Sieh, wie merrilich erläutig erläutig, blind zu den darken Gästen, die bei seinen Stringen sind. Willkommen, Brüder. Wissen Sie, dass Ihr eine Jahrzehnte Lange ist nicht. Ich werde Sie hier schlafen, und Ihre Säle werden sich verraten. Das meine ich aber auch. So. Genau, du da hin. Ach du Scheiße. Generell hier mal einen Blick drüber. So, um die kümmere ich mich gerade gar nicht. Ja. 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 Du weißt, Brüder. Ja. Even mit meinem Tod hier. Die darken Gäste immer noch halten, die Blödraven in ihren Grip. Soon, die Gäste haben deine Kapitel's Loyalität. Und du, gut Brüder, sind noch zu blind, um zu sagen, das zu sagen. Quer! Gehe, Monster zustly! Lies! Well done. Well done. Well done. It was my sure to send our chapter's greatest champion. To scour the Legion from the Subsector. You, Diomedes. Mein Herr, Chaptermaster Kairus, ich habe nicht erwartet, dass ich mit Ihnen so schnell verabschiedet habe. Als Both Chaptermaster und Chief Librarian, meine Zeit ist lang, Kapitän. Ich habe Ihre Verteidigung geschehen. Sie sehen, der Typhon ist geschlossen, während Sie weiteren Verordnungen erwartet. Und wieder, Apollo. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, mein Herr. Sie schützt mich. Sie sind nicht gewünscht? Ich bin nicht. Ich bin, aber sehr verabschied. Mit nur ein paar Worte von Hörnchen, Sie schützt alles, was wir von Aurelia von Aurelia haben, in ein Moment. Enough! Die Black Legion ist verabschied worden. Und wie für Sie, ich will sehen, dass Ihre Verteidigung schnell verabschiedet werden. Ich sehe schon. Ach, wunderbar. Als Bestmögen werden wir hauptsächlich mit uns selbst kämpfen. Und ich will Syvers. Unbedingt. Ah, ein dieser Mission Rewards. Infanterie oder War Gear. Ja. Ja. Das hier. Falls mal irgendwie Fahrzeuge... Wir haben Income in Vox. Von der Inquisition, Sir. Das ist Inquisitor Adrastia von Ordo Heretikus. Captain Diomedes. Es scheint, Sie sind schon seitdem. Sie haben sicher gehört. Eliphas, die Inheritor, und seine Worte sind verabschiedet. Die Black Legion wurde von hier verabschiedet. Ich glaube, das macht die Frage von der Bloodraven-Loyalität aufzunehmen. Das News verändert sich sehr wenig. In fact, ich bin Kontakt zu Ihnen, um Ihnen zu informieren, dass die Situation schon verabschiedet wurde. Ein von Ihren Kapteern hat einige Verabschieden verabschieden, über Ihre Chapter Master Azariah Kairus. Angelos? Es ist er und seine Schreiber, der sind Traitor und Renegade! Bei allen Wissen, ich sollte die Gabriel-Loyal-Loyal-Loyal-Loyal-Kairus stellen! Sie haben oft gesagt. Fortunately, er nicht verabschiedet hat diese Worte, als er sie mit Ihnen gegeben hat. Es ist mit der Angelegenung der Kapteern Angelos, dass Sie die Begrüße der Blutraven der Worte der Gräuge des Wurzels. Die Ordo Heretikus der Inquisition in diese Probleme verabschieden werden bald mit diesen Problemen. in eine ziemlich permanent Art. Exterminatis. Die totalen und totalen Destruction der ganzen Welt in diesem Sektor. Niemand wird geholfen. Traitor, Zenos oder Loyal. Alle werden sterben. Exterminatis? Aber... Captain, wenn Kairus wirklich der Grund der Sektor ist, musst du ihn beschädigen und ihn beschädigen. Wenn du kannst, dann vielleicht kann ich den Exterminatis auf. Und wenn du nicht? Dein Kapitel wird als Heretik und du wirst mit dem Rest des Subsektors aufbauen. Ich empfehle, dass du schnellst, Captain Diomedes. Entschuldige dich. Suche Anfänger braucht es, ohne Kapitel-Kommandes zu erledigen. Wir brauchen schnell und subtel. Rüstung mit Feel. Das Ding ist besser. Commander Items. Helm of Champion. Accessoires. Gut. Ja, das möchte ich bei meinem Geldchen da haben. Ability Recharge Time. Ability Recharge Time. Das... Ja, ich weiß nicht bei wem ich das am besten haben möchte. Nehme ich mal eben hier. So. Diomedes. Der Kerl schafft jetzt was. Zum Atelos, finde ich, passt ein Flamer. Du kannst davon nichts tragen. Du auch nicht. Wir haben hier einen Punkt. Seelous Leadership. Okay. Heilt. Armour. Das ist natürlich nett. The Last Stand. Also, wenn er wenig Leben hat, kurzzeitig und verwundbar wird. Vast Increase in Power. Battle Cry war nett. Ja. Erstmal dies hier. Heilen, heilen, heilen. Ja, mit Fernkampfwaffen. Ah. Oder mehrfache Einheiten. Damage and Knockback. Sehr wichtig. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist hier das Maximallevel? Ja. Ich weiß es nicht. Martellos. Nein. Keine Nahkampfsachen. Repair is automated. Hm. Das klingt gar nicht schlecht. Okay. Rate of Fire. Rate of Fire. Okay. Okay. sehr unterstützend. Oh. Penable Dreadnought wird runtergeholt. Relay Beacon runterholen ist natürlich auch nett. Gut. Das ist auch fein. If he is not deployed, Terminator scan this. Oh. Okay. Aber erstmal dies hier. Das haben wir hier. Was haben wir hier? Kurzzeitig unverwundbar. Okay. Leider nur er. Heavy Weapon. Das mal Canon. Laser Canon. Okay. Assault Jump. Nee. Tilbury Master. Heavy Weapon. Ich weiß auch nicht ob wir noch Avitus wieder bekommen. Suppression, Tactical Advance, hm, ist das Tacitus? Nehmen wir das hier. Und ja, ich kann mich jetzt ausstatten mit schweren Waffen. Ja, dieser Raketenwerfer ist sogar besser. Und das Ding ist eigentlich Müll. Was, Level 2. Ah, das kann nur Diomedes nehmen. So, was haben wir mit dem? Wenn er sich nicht bewegt, kein Energieverlust für Infiltration. Oh, das ist nett. Er regeneriert Leben, wenn er infiltriert ist. Egal, ob er im Kampf ist oder nicht. Und Instantaneously Resurrect Allies. Oh. Wenn er nicht dabei ist, kriegen Scouts diese Fähigkeit. Und er kann unsichtbar wiederbeleben. Das sind nette Sachen. So, extra Equipment, ja. Using Abilities lässt ihn nicht entdecken. Also, mindestens eine Linie wird man, glaube ich, vollkriegen können. Okay. Accept. Da, Merridian, Calderas, Judgment of Carrion. Auch da schauen wir wieder vorbei. Aurelia. Und Typhon. Das war unsere letzte Mission. Und wir sehen uns dann bei der nächsten. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao.